so halli hallo leute willkommen zu einer folge gta 5 hot ring und kurs gipfel rennen ihr seht haben hier einige leute ja lassen wir uns überraschen sitzung wird gestartet hoffen wir das gut läuft klasse sportwagen anzahl der runden 7 5 4 3 2 1 lassen wir uns überraschen redwood im zehntal der elfte gibt sie nicht mit zwölfte melde 13 14 das ist eine klare 13 zehnte du hobbit du hobbit alter der fische geflogen der dreckstag aber ich bin schon der zwölfte alter näher da oben sind beschleunigungs platz mal gucken ob ich die noch krieg ich so wie ich es in den letzten runden erfahren hab der wohl in den ersten runden erste schalter bleibt dann ganz hinten einmal respawn und alles ist gelaufen also wir sind jetzt da wäre schon wieder schade habe ich den speedbruster verpasst da sind aber welche und da wären auch noch welche gewesen zum außen runde erscheine respawn ja wohl platz elf und der andere hinten zwölf wow du dricksack zwei von sieben mal da sechs wird langsam wir werden immer besser fahr mal wieder die äußere runde er hat uns gerade glück gebracht oh ich hab den crash gesehen vor mir fünf können von platz fünf mehr meinen seht ihr das alter 5,6,5,6 voll der abfuck und das zeigt dass die autos alle gleich schnell sind hmm nachgekommen alter bleibt weg luxus luxus alter ich krieg dich noch windschatten sauber mitnehmen oh sauber platz drei es wird langsam echt sauber buchse ist schon wieder du oh wie mies platz 8 10 oh was penner mein gott pink popel pink popel mal gucken ob ich heute nur krieg platz elf alter dann zweitletzte hoho das gefällt mir gar nicht aber wir werden das schon durchkommen denke ich die bauen davon jetzt alle einen unfall alter und dann werden wir einen verärscht so ein falsches die oben sind nämlich alle schön gegenseitig und dann haben sie es verkackt jetzt waren gerade alle außen jetzt schon gescheppert ein bisschen müsste man wahrscheinlich noch mit waffen aufbessern scheiße ich hab die powerpads verpasst beschleunigungspads was richtig sind es 4.7 woohh vorne kommt die auffallschance und sehen wir kommen mal gut voran wir kommen gut voran nur noch ein stückchen weiter nach vorne da kommt unsere anlaufstelle hier jetzt auch ja 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 da wow wie sie alle an mir vorbei ziehen die hobbits gar nicht jawohl danke warum, die kriegen mal, die kriegen mal oh du hobbit platz 10 schon wieder, nee, gibt's doch nicht ich glaube ich habe mich verschätzt bei dem rennen hm hört ihr wie der hobbelt, also bum 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 runde 6 und 7 marsch, geh weg ich glaube jetzt weiß ich, wie ich es machen muss so, lass mich nur ankommen oh oh scheiße fuck boah der hobbit hallo respawn damit habe ich es raus ich bin so zwölfte alter der 13 gewollt mich hm 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 scheiße das war ja mal fail hoch 10 hm 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 da bin ich jetzt richtig enttäuscht deswegen dass wir platz 13 sind das nimmt mich gerade schon ein bisschen mit aber aber wir geben nicht auf bis zum schluss das ziehen wir durch ich last round jetzt jetzt gilt's die anderen sind zwar schon zehn kilometer voraus aber also nein hallo drück doch das ist die der 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 Mann, Mann, Mann. Die sind alle schon im Ziel. Mann, jetzt bin ich niedergeschlagen. Jetzt kommt ihr auf Warten, Mann, der toll nie beendet, der GG. Nein, okay, gut.